Es ist eine Liste, die für viel Aufregung, sogar Empörung gesorgt hat. Eine Liste mit den Spitzengehältern im ORF, im Sinne der Transparenz, wie es heißt. Im Hintergrund aber arbeitet man bereits an Plänen für die Zeit nach der Nationalratswahl im Herbst. Kulturredakteur Helmut Atheneder. Und da ist ganz klar der Ball jetzt bei der FPÖ zu sehen, also die sind da die Spielführer. Herr Atheneder aus unserer Kulturredaktion zuerst die Frage nach der Diskussion rund um diesen Transparenzbericht. Würden Sie es als Neidsdebatte bezeichnen, wie es ORF-Generaldirektor Weismann gemacht hat? Andere sprechen ja auch von einer Privilegiendebatte. Grundsätzlich war das Ziel, hier eine Debatte anzustoßen, die aber politisch natürlich bedingt war. Die Medienministerin Susanne Raab hat ja das gefordert, mehr Geld für den ORF, nämlich die Haushaltsabgabe. Gleichzeitig aber, nachschauend bei den Privilegien, da geht es um Pensionen, da geht es um Wohnungszuschüsse, die heute nicht mehr wirklich up-to-date sind, aber beim ORF natürlich noch gang und gäbe. Da gibt es dann die vielen, wie man sagt, weißen Elefanten, die dann aufgrund politischer Machtstrukturwechsel dann auch irgendwie von Funktionen abberufen worden sind. Da gab es sehr viel, das stimmt auch, das anzustoßen war wichtig. Aber auf der anderen Seite hat die Medienministerin natürlich auch eine gewisse Erwartung, nämlich eine Neiddebatte, dahinter gehabt. Ob das das Ziel oder die wichtigste Aufgabe einer Medienministerin Susanne Raab ist, ist ganz sicher mit Nein zu beantworten. Was ist passiert? Natürlich gibt es jetzt eine Debatte über Gehälter von Leuten, die man sonst eigentlich mag, ja, wie den Robert Kratky, Pio Strobl kennt man als einen Multifunktionär, der beim ORF schon lange arbeitet, der an zweiter Stelle ist und dann kommt erst der Generaldirektor. Ja, so was, das wissen wir jetzt, wir wissen auch, dass man beim ORF sehr viel Geld verdienen kann, im Schnitt, glaube ich, über 90.000 Euro brutto. Wir wissen aber auch, dass die Neuverträge ganz anders ausschauen, dass Leute vielleicht da viel mehr arbeiten, junge Leute, die dazukommen und da viel weniger Geld verdienen. Und all das wird hier diskutiert, es wird eigentlich da um den heißen Brei herum gesprochen, wenn es wirklich was bringt, ich weiß es nicht. Ja, aber Stichwort heißer Brei, es gibt sicher ein anderes grundlegendes Problem und es sei natürlich noch erwähnt, in anderen öffentlichen Unternehmen werden mit Sicherheit noch höhere Gehälter bezahlt. Aber eben Stichwort Grundproblem, da geht es ja um die Struktur des Senders nach wie vor und diese Frage, die kommt immer wieder, wie sieht es denn aktuell aus mit einer Entpolitisierung des ORFs? Na ja, hier gibt es ja einen Termin, der ganz wichtig ist für diese Regierung oder für die nächste Regierung. Das Verfassungsgericht, die Höchstrichter haben ja entschieden im Oktober des Vorjahres, dass die Gremienzusammensetzung, der Stiftungsrat zu politisch ist, nämlich zu parteipolitisch ist und der Publikumsrat zu wenig divers. Und vor allem der Stiftungsrat im UF ist wie der Aufsichtsrat einer AG zum Beispiel, besteht aus 35 Personen und 24 davon sind parteipolitisch besetzt. Das heißt, wenn jetzt eine neue Regierung kommt, im Herbst wird gewählt, dann wird es ein paar Monate lang Regierungsverhandlungen geben und bis zum 31. März 2025, so der Termin der Verfassungsrichter, muss der Stiftungsrat neu positioniert werden, nämlich für weniger Leute und weniger politischer Einfluss. Das ist deswegen wichtig, weil die neue Regierung könnte den Stiftungsrat, 24 der 35 Mitglieder, sofort austauschen und dann ihre Medienpolitik, die sie vorhaben, dann in den Stiftungsrat hineintragen und somit auch zum Beispiel, und der Stiftungsrat könnte zum Beispiel auch den Generaldirektor, wo man jetzt schon sagt, Herr Weismann ist ein Generaldirektor auf Abruf, auch austauschen. Ja, und jetzt bringt man sich schon in Stellung, das ist naturgemäß, muss man sagen, vor einer Nationalratswahl eben auch beim URF. Was hört man denn da? Es wird ja auch immer wieder noch über die Haushaltsabgabe diskutiert, die jetzt mit 1.1. schlagend geworden ist. Ja, hier ist ganz eifrig, wenig verwunderlich die FPÖ. Klarerweise erwartet man sich von den Freiheitlichen oder bei den Freiheitlichen eine Regierungsbeteiligung in der nächsten Regierung, in welcher Konstellation auch immer. Und die Freiheitlichen haben ja, als Strache noch am Ruder war und dann der Betriebsunfall in Ibiza passiert ist, nennen wir es mal so, ganz klare Vorstellungen gehabt, wie der ORF sein soll. Die Freiheitlichen fühlen sich ja vom ORF immer wieder benachteiligt. In der Berichterstattung, das mag durchaus auch gewisse Relevanz haben und auch richtig sein, wenn man die Interviews immer wieder mal sieht, wie man mit freiheitlichen Politikern umgeht. Das sage ich jetzt ganz wertfrei und dann da hat zum Beispiel Strache ganz klar neben den Chats, die jetzt wieder mit Fitbit Philipp dahergekommen. Also er hat sich auch in die Basisarbeit, also mal schauen, wer alle reinkommen von seinen Leuten in den ORF gekümmert. Aber ORF 1 sollte wegkommen, auch die Landesstudie sollte wegkommen, wie du auch angesprochen hast. Die GIS-Gebühr soll wegkommen und auch die Haushaltsabgabe, die jetzt gekommen ist, passt den Freiheitlichen eben nicht, sondern sie wollen Budgetfinanzierung machen und so weiter und sofort. Ö3 soll privatisiert werden. Denn diese Dinge sind alle geplant und Peter Westenthaler hat mir gesagt im Interview, das wir morgen dann auch in den oberösterreichischen Nachrichten sehen werden oder lesen können, dass diese Pläne, die Strache damals hatte, eigentlich ganz gut sind. Stichwort Haushaltsabgabe noch einmal. Was sagen die Experten dazu? Ist diese Abgabe jetzt rechtswidrig oder weiß man da einfach noch zu wenig? Da weiß man an und für sich zu wenig. Ich nehme einmal an, nachdem das Gesetz ja gerade beschlossen worden ist und es noch niemand wirklich angefochten hat, ist es gesetzeskonform. Aber natürlich ist das umstritten. Klarerweise spült ja auch dem ORF mehr als 40 Millionen Euro mehr ins Budget hinein. Wobei ja der Generaldirektor immer wieder sagt, den persönlichen Seher betrifft es jetzt weniger, weil der zahlt jetzt weniger als bisher. Aber trotzdem, der ORF hat mehr Geld zur Verfügung. Und wie gesagt, es gibt jetzt den neuen Stiftungsrat der Peter Westenthaler, der für die Freiheitlichen ja momentan zahnlos ist im Stiftungsrat, weil er der einzige Freiheitliche ist gegen 34 andere. Aber er weiß genau, sollte die FPÖ eine Regierungsbeteiligung haben, dann wird auch er zum großen Zampano, der er gerne ist, werden. Und der hat ganz klar gesagt, er hat sich jetzt mit vielen Rechtsgelehrten schon unterhalten, was immer das heißen mag. Und die haben alle gesagt, dass die Haushaltsabgabegesetzes widrig ist. Abschließend gehen Sie davon aus, dass nicht nur die FPÖ diesen ORF zum Wahlkampfthema machen wird. Wie wird sich das jetzt in den nächsten Monaten entwickeln? Naja, ganz bestimmt wird der Ball bei allen Parteien irgendwie herumgespielt werden. Ganz klar ist, dass die FPÖ aufgrund dieser, wie Peter Westenthal auch im Interview sagt, mehr als 40 Jahre Benachteiligung endlich auch sein Stimmrecht beim ORF bekommen will. So wie es Rot-Schwarz, das natürlich auch richtig ist, über die vielen Jahrzehnte durch die Regierungsbeteiligung in den Koalitionen aufgebaut hat. Das muss man ganz klar sagen, das ist richtig. Dass die Blauen jetzt auch das, was sie immer kritisieren, nämlich so quasi das Bamauscheln und packelt, sie wollen jetzt auch den Kuchen mitessen. Und da ist ganz klar der Ball jetzt bei der FPÖ zu sehen. Also die sind da die Spielführer. Ja, wir beobachten die Situation natürlich weiterhin. Herr Atheneder, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne.